Wenn ich an Deutschland in Bezug auf Leistungsfähigkeit denke, fallen mir persönlich drei Dinge ein. Als erstes unsere jungen Menschen, die es permanent und ich finde auch mit einem unglaublichen Engagement zeigen, dass wir stolz auf sie sein können. Als zweites, ich finde es sehr bewundernswert, wie Deutschland die friedliche Revolution gemeistert hat. Das ist beispielgebend und auch der Beweis dafür, dass wir aus der Vergangenheit sehr wohl gelernt haben. Dass wir es besser machen können, dass wir Verantwortung tragen wollen, egal was wir tun. Und das dritte, natürlich für mich persönlich ganz naheliegend, ich komme aus dem Sport, wir wollen vorne sein. Wir wollen erfolgreich sein, wir trauen es uns zu, die Besten sein zu können. Diese drei Gründe sind für mich nur drei von vielen, dass man hier investieren kann und dass wir hier eine wirklich wunderbare Zukunft entwickeln können.